Entdecke Deine Küche neu! Küchenmodernisierung mit Liebe zum Detail. Lifting, der Küchenrenovierer und Elektrogerätespezialist. Auf den ersten Blick eine funktionale Küche, bis auf die Details. Alte Armatur, die Spüle hat die falsche Farbe. Gutes bleibt erhalten. Gerissene Fugen, alte Nischenrückwände, die mühsam zum Putzen sind. Regale, Farben, Türen und Griffe sind in die Jahre gekommen. Also, die Profis müssen ran. Erstmal alle Schranktüren weg. Die Lifting-Spezialisten legen los. Die Küche wird modernisiert. Alle Schränke werden geliftet und bleiben somit erhalten. Wow, ein neuer Lookheld-Einzug in die Küche. Neue Arbeitsflächen werden montiert. Neue Türen werden montiert. Nach und nach liften die Spezialisten die Küche. Mit Liebe zum Detail. Jetzt noch die Hängeschränke. Eine Glasrückwand überdeckt die alten Fliesen. Was für ein Ergebnis. Welch Glanz in der neuen Küche. Alles strahlt in frischer Farbe. An jedes Detail wurde gedacht. In der Kücheninsel sind Steckdosen integriert. Armaturen und Spüle sind topmodern. Der Geschirrspüler ist voll integriert. Auch die Handtücher finden ihren Platz. Auszüge in den Schränken bedeuten Überblick und Ordnung. Ein Traum wird wahr. Die glückliche Kundin ist begeistert von ihrer gelifteten Küche. Vorher. Nachher. Ein Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann. Lifting. Küchenmodernisierung mit Liebe zum Detail. Aber dem Handy. Das ist neu. Schmerzlagers mit Liebe zum Detail. Hier nochmal. Das Wert Mm im Not longer mit rial Covid gut mit von B